Legends of Lidl Wer gewinnt heute? Heute im Spiel sind der Thomas und der Slotko. Starten wir gerade mit Spiel 1. Vanilla. Vanille. Nein, das habe ich wirklich nicht. Schwierig, schwierig. Rundi 2. Nachtschicht. Leide falsch. Lidl. Top. Arbeit. Zeit. Besser. Slotko. Dein Job in 3 Wort. Spannend, dynamisch und jeden Tag ist es anders. Gibt es eine super Kraft, die du gerne hättest? Ich hätte gerne 8 Törner, aber das konnte ich gut nutzen. Kommen wir zu Spiel 2. Rundi 2. Rundi 2. Rundi 2. Rundi 2. Rundi 2. Säme. Sonnencreme. Äpfel. Gewürz. Cola oder Red Bull. Mayo, Senf. Handcreme. Super gemacht! Thomas, was macht Lidl Schweiz als Arbeitgeber aus? Was ich an Lidl schätze, es ist ein spannender Arbeitgeber, es ist herausfordernd und es wird einem nie langweilig. Weiter geht's mit Spiel 3. Welche Abteilung ist dafür zuständig, dass Waren in der Filiale landen? Warenausgang? Genau, der Oberbegriff, für welche Abteilung arbeitet Warenausgang. Ja, also Wareneingang, Warenbereitstellung, Warenausgang sind alles Teileabteilung. Und wechseln. Also Leute, mit denen ich jeden Tag sehr viel Zeit verbringe, das sind nicht meine Familie, die sind Mitarbeiter, Kollegen. Das ist doch klar. Ja, Mitarbeiter. Das ist mein Team. Das ist richtig. Abteilung, in der du gerne arbeitest. Äh, wenn ich es nicht verliegen sage. Glückwunsch! Yeah, wir haben den Siegel! Vergesst nicht, die nächste Folge kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.